So, wir sind jetzt hier in einer Dunkelkammer. Was sehen wir? Wir sehen drei Schalen für die Bäder, in die das entwickelte Foto anschließend hineinkommt. Von links nach rechts die rote Schale für den Entwickler, die grüne Schale für das Stopfbad und schließlich eine beige Schale für das Fixierbad. Damit wir nicht mit den Händen in den Bädern herumgrabbeln müssen, sondern das Foto einfach greifen können, um es von einem Bad ins andere zu tun, benötigen wir noch kleine Pinzetten. Diese hier sind aus Bambus, haben Gumminoppen, greifen das Foto also gut, wenn es auch feucht ist. Und auch hier würde es sich empfehlen, verschiedene farbliche Markierungen für die einzelnen Zangen zu verwenden, wie beispielsweise diese hier passend rot zu rot. Das nächste, was wir benötigen, sind Messbecher. Hier finden wir zum Beispiel zwei. Auf dem einen steht F für Fixierer, auf dem anderen S für Stoppbad. Der für den Entwickler, der ist gerade nicht da, der ist anderweitig genutzt, aber auch hier sollte man alles fein säuberlich voneinander trennen, weil man die Chemie anrührt. Und das gleiche gilt natürlich auch für die verwendeten Trichter, die wir dafür benutzen, um die Bäder in eine Flasche zurückzufüllen, denn die Bäder kann man mehrfach benutzen. So, und hier haben wir nun die drei Flaschen, die sollten lichtdicht sein. Diese hier sind jeweils für anderthalb Liter konzipiert. Das passt für die Größe der Schalen. Und auch hier haben wir wieder den Entwickler, das Stoppband und den Fixierer drin. Und jetzt wissen wir auch, warum wir die Trichter brauchen, um nämlich die Bäder in diese Flaschen zurückzufüllen. Zweckmäßigerweise nimmt man auch hier Weithalsflaschen. Und nun kommen wir zum Hauptbestandteil des Ganzen, nämlich einem Vergrößerungsapparat. Darauf werde ich nachher noch näher eingehen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie man damit umgeht. Wenn wir uns der ganzen Sache jetzt etwas nähern, dann sehen wir hier eine Zeitschaltuhr, mit der wir die Belichtungszeit sekundengenau einstellen können. Und wir sehen hier unten noch ein kleines Gerät, einen sogenannten Kornscharfsteller. Auch darüber werde ich nachher noch etwas berichten. Ja, und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch Fotopapier, denn wir entwickeln ja analog. Das heißt, am Ende des Prozesses kommt ein Foto auf Papier bei der ganzen Angelegenheit heraus. Ja, und dann brauchen wir natürlich negative, analoge, negative eines analogen Films. Auch dazu nachher etwas mehr. So, und hier haben wir nun die Chemie. Die sollte recht kühl gelagert sein. Und wir haben den Entwickler ganz links, in der Mitte das Stoppbad und rechts den Fixierer. Diese drei Flaschen beinhalten ca. einen Liter. In der Mitte, das ist weniger. Das reicht für viele, viele, viele Quadratmeter, weil wir die Chemiebäder ja in hoher Verdünnung benötigen. Eines darf man natürlich überhaupt nicht vergessen. Die Dunkelkammer heißt Dunkelkammer, weil es in ihr wirklich dunkel sein muss. Tageslicht, was durch ein Fenster oder durch eine Tür einfällt, ja, das würde unser Fotopapier belichten und damit das ganze Foto und die ganze Arbeit verderben. Ja, was man in einer Dunkelkammer benötigt, ist ein Rotlicht. Das wird zum Teil sogar auch auf den Fotopapieren vorgeschrieben, was es für ein Licht sein muss. Also kein grünes Licht oder blaues. Nein, es soll hier in diesem Fall ein Rotlicht sein. Man braucht also eine Rotlichtlampe und da reicht auch nicht irgendeine Partyleuchte, sondern es muss eine Rotlichtleuchte sein, die auch vor allen Dingen unten am Sockel kein normales Licht mehr in den Raum abgibt. Und nun wollen wir uns diesen Vergrößerungsapparat oder den Vergrößerer einfach einmal etwas genauer anschauen. Der Vergrößerungsapparat besteht aus einem Grundbrett, das ist die weiße Fläche hier unten, an der eine lange Schiene befestigt ist, auf der der Vergrößerungskopf rauf und runter gefahren werden kann. Dieses Beispiel hier ist ein Durst M670 Color. Daran sieht man schon, dass man mit diesem Gerät auch Farbfotos vergrößern kann. Darum soll es hier aber überhaupt nicht gehen, sondern es geht eigentlich nur um die Grundprinzipien. Dieser Vergrößerungskopf, ja, den kann man sich vorstellen wie einen Projektor. In dem oberen Bereich sitzt eine Lichtquelle und dieses Licht wird dann durch ein Objektiv nach unten auf das Grundbrett geleitet, wo das Fotopapier liegt. Und dafür sind dann auch die Zahlen auf dieser Schiene zuständig. Sie zeigen uns nämlich, in welchem Vergrößerungsmaßstab wir jeweils arbeiten. So, innerhalb des Vergrößerungskopfes befindet sich also eine Lichtquelle und eine sogenannte Negativbühne, die kann man hier herausziehen. Die Negativbühne, ja, das sagt schon der Name, dient dazu, das Filmnegativ in den Kopf einzulegen, es vor allen Dingen auch planzuhalten, dass es sich nicht wählt, es gerade zu rücken und für den Vergrößerungsprozess festzuhalten. Man kann diese Bühne aufklappen, das sieht man hier. Und man sieht auch, hier drin befinden sich Masken für die jeweilige Bildgröße. Also das hier ist eine typische Maske für einen kleinen Bildfilm, 24 x 36 mm. Vermutlich werden sich jetzt einige die Frage stellen, was denn dieses Gelbe, das Rote und dieses Blaue Rädchen zu bedeuten hat. Das sind Farbfilter für die Vergrößerung von Farbfotos. Man kann diese natürlich auch sehr gut verwenden, wenn man schwarz-weiß vergrößert. Darauf ist dann später noch einmal einzugehen. Wir brauchen also ein Negativ und Negative werden häufig in so einer Art Taschen geliefert. Wenn man die dann aufklappt, sieht das so aus. Man hat diese Pergaminhüllen und darin sind die einzelnen Negativstreifen. So ein Negativstreifen hat zwei Seiten. Eine glänzende Seite, ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das hier ist die wirklich glänzende Seite und das hier ist die matte Seite. Das Negativ wird nun also mit der matten Seite nach unten in diese Filmbühne eingelegt, so geklappt. Man kann das noch einmal ins Licht halten und dann wird das Ganze in den Vergrößerungskopf eingeschoben. Es ist dunkel, natürlich, und wir schalten jetzt den Vergrößerer ein. Jetzt sollte auf dem Grundbrett eine Projektion unseres Negativs oben in der Filmbühne, in der Negativbühne, zu sehen sein. Und wenn man den Vergrößerungskopf nach oben dreht, wird das Bild größer und mit der Scharfstelleinheit kann ich dann sehr exakt und genau das Bild scharfstellen. So, und das nächste Zubehörteil ist ein sogenannter Vergrößerungsrahmen. Man kann den hier hochklappen und es gibt hier, gibt es Abstandshalter, um das Einlegen des Fotopapiers zu ermöglichen. Und dann gibt es hier verschiebbare Masken. Man sieht das. Und damit kann man dann ganz exakt, auf den Millimeter genau, den Bereich auswählen, der belichtet wird. Und damit kann man dann natürlich auch entsprechend einen weißen Rand in ein Foto einbelichten, so wie man das hier, glaube ich, ganz gut sehen kann. Und das ist, der